Guten Morgen, Freunde der Nacht. Guck mal, der Papa hat sich schön rasiert hier unten. Ich bin wieder fleißig und ich hab eine schöne Melodie gemacht zum Lost in the Lines of the Hands of Fate, der bis jetzt noch sehr sträflich vernachlässigt wurde, nicht wahr? Und die Melodie hört sich dann so an. Einzig und allein nur diese neue Stringmelodie. Wenn die Kohle erstmal fluppt, erstmal Orchester bestellen, das geht ja mit den 20 Strings. Es geht, es geht, es geht. Hör sich dann so an. Trocken. Ein bisschen leiser die zweiten, weniger Tech. Und ein bisschen tiefer. Dann werde ich sie ja auch noch machen. Im Zusammenhang klingt das dann natürlich auch so, wie gerade schon kurz gehört. zum Norden. Ja, ist schon schön. Tschüss von hier. Bis bald. Heute habe ich schöne Ikea-Regale aufgebaut. Das macht auch ein bisschen Spaß. Tschüssi Kowski. Tschüssi Kowski.